So Leute, herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Wir haben den Motor anbekommen und müssen nun schauen, dass wir diesen hässlichen Anhänger irgendwie abbekommen. Deshalb versuche ich mal, ob ich ihn lösen kann mit diesem schönen Schlüssel. Ich habe zwar mal eine gewisse Zweifel, aber wir können das Ganze ja mal ausprobieren. Vielleicht muss ich doch einen anderen Schlüssel zuerst nehmen, dann den Schlüssel, dann den, dann den. Alter, ich muss mich verarschen. Er klemmt. Ich brauche eine rohe Gewalt. Dann vielleicht, weiß auch nicht. Kann ich dann dem was machen? Nö, das war ja kaputt. So, wir müssen es zuerst nochmal mit dem anderen probieren. Ich probiere jetzt erst mit dem anderen Schlüssel nochmal. Wenn das auch nicht geht, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal den Zug anrollen lassen. Und dann nochmal probieren. Und dann nochmal probieren. Da war das Ding da. So laut ist der Motor doch gar nicht. So. Probieren wir jetzt erstmal mit dem nochmal. Da hat's ja keine Ahnung, ob das was bringt. Aber, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben noch genug folgende Zeit. Ich müsste unbedingt mal rennen. Das ist doch... Vielleicht lernt er irgendwann ein Skill. Lauf! Schlampe, Lauf! So eine Art. Den Skill. Nein, wahrscheinlich nicht. So, lad mal. Lad mal ein bisschen Klitschen hier. Ne. Ach, echt? Das ist ein Rost. Kann ich nicht draufkloppen oder so damit? Ist doch scheiße. Dann müssen wir erstmal versuchen, ein Stück zu fahren. Wahrscheinlich. Ein Stück Treifen. Und danach... Werden wir sehen, ob's funktioniert. Ich gehe mal vor zu Kenny. Soll mal ein bisschen Gas geben mit dem Ding. Damit es ein bisschen der Rosten... Aber so lange kann das doch gar nicht da gewesen sein, dass es schon so gerostet ist hier. Kenny, gibt man Stoff. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Es hat sich schon mal bewegt, ne? Das sollte ja eigentlich der Rost jetzt ab sein. Und dann müsste man eigentlich... Eih, schon durch... Das Ding raushebeln können jetzt. Wollen wir es mal hoffen, ne? Ansonsten haben wir ein paar... Difficult Problems. Beseitem wir hätten zufällig eine Dose Rostlöser da oder so, aber... Das wird zweifelig. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hey Kenny, wir sind los. Gut. Wollte ich mal sagen. Allesamt... Auf in der LKW. Ach, scheiße. Das ist natürlich toll. Okay. 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 Du bist immer noch ein bisschen freundlich. Was ist denn das? Ich habe schon alle von außen kennengelernt. Sie haben mich alle schnell schnell in der Sonne. Oh Mann, wer klingelt denn da? Welcher voll Idiot. So. Ich gehe natürlich nicht dran. Weil immerhin nehme ich hier auf. Also können wir das Ganze. Ja. Es ist so schön, jemand normal für einen Veränderung zu treffen. Er gibt's Candy. Benji! Wo ist das normal? Na gut, eigentlich ist er ja schon teilweise normal. Ich meine, es sind auch nur Menschen, ne? Willkommen. Danke. Habt ihr zufrieden? Ja, sicher. Der Mann hat meine Liebe auf die Straße. Das ist so. Ja. Kleiner. Ich bin sehr entschuldigt, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Ich erinnere dich, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Na gut. Mit einem kleinen TLC wäre ich sicher, dass er so fit ist. In kein Zeitpunkt. Und ich kann euch allen was, was ich bekomme. Obwohl es nicht viel ist. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Warum halten wir uns an das? Bleib mit uns. Wir möchten die Firma. Wir möchten das gleiche machen. Da hat sogar Gitter. Kann ein bisschen Musik machen. Der Kollege. Der Kumpel macht ein wenig Musik und dann ist alles okay. Ist doch schön, ist doch schön, ist doch schön. So, kommen wir dann. Ja. Alle gar ab in den Trailer. Das ist klar. Bäh, wurde zu unfreundlich. Ah, Mann, Leute. Okay. Okay, dann. Leg die Lokomotive ab! Huhuhu! Ah, lass einsteigen. Nächster halt. Der Tod. Nein. Ähm. Na, okay, Bock die Tür zuzumachen, also. So, es fällt einer raus. Das wäre auch nicht so von Vorteil nicht. Ja. Da humpelt keiner lang. Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön. Was mache ich denn auf einmal hinten? Hallo? So? Sitz ich... Sollte ich nicht eigentlich vorne sein und den Zug steuern? Was soll ich entfernen? Oh, scheiße. Was soll ich entfernen? Äh, mit dem Lappen. Nicht cool. Okay. Okay. Da. Kenny Boy. Wir haben ein kleines Difficult Problem. Dein Sohn ist gerade dabei. Das ist nicht zu viel Wandel und uns alle zu zerfleischen. Kenny! ... ... ... ... Ich habe einen großen Schrauch. Es wird gut. Ich bin entspannt, aber ich würde das nicht sprechen. Ich habe einen Schrauch. Ich bin ein bisschen schrecklich. Ich bin ein Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich bin ein Schrauch. Ähm... Das ist nicht so, Duck. Das ist nicht so, dass mein Sohn sterben. Was du wissen? Du bist nicht mein Freund. Ich liebe dich nicht. Du hast sicher nicht alles gemacht für mich. Hm... Hm... Du denkst, du bist der Grund, dass Duck gebetet wurde? Wie, dass du das gekommen hattest oder was? Du hast nicht Herschels Sohn töten. Ja, ich habe ihn. Und jetzt ist es zu mir. Nein, du hast ihn nicht getötet, das war ich. So... Irgendwie sind die Satz-Stellungen von dem Untertitel etwas bisschen seltsam. Tja... Ja, ja, ja. Jetzt wird's hässlich. Richtig, richtig hässlich. Jetzt wird's gleich richtig wild. Ich glaube, ich bekomme nicht nur was aus dem Kopf, dieses Bild. Ich glaube, es ist Zeit. Ich glaube, es ist Zeit. Es gibt keine Zeit mehr, um es zu nehmen. Tja... Na dann, schlag einen Schädel ein. Ich habe sogar eine Rohrzange für dich. Wir können nicht erlauben, ihn zu einer dieser Dinge zu werden. Aber... Was, wenn... Was, wenn er nicht? Kenny... Ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unseren Sonnen mehr als Leben selbst. Ich brauche dich, um mich zu hören. Was du sagst... Was, wenn er nicht... Tja... Oh Gott... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Leute auf dem Weg verlier... Lilly... Carly... Duck... Alle weg. Und das in einer Episode. Aber wir wissen, dass es hier ist oder nichts ist. Aber wir wissen, dass es hier ist oder nichts ist. F***! Just... Wer denn? Willst du mich auch? Du musst nicht. Ich werde das machen. Du musst nicht. Gott, du F***! Ich kann das. Ich kann das machen. Du kannst nicht. Ich liebe dich, Kenny. Aber... Das ist außerhalb von dir. Ja, dann mache ich es. Nein. Es sollte ein Kind sein. Kein Kind sein muss, dass man so etwas machen muss. Er ist richtig, Kenny. Wir können unsere Gehebeien sagen und... ... und... ... und lassen das alles sein. Ich weiß nicht. Nein? Es ist... Du würdest dieser Familie einen großen Service machen? Ich weiß nicht... ... damit Clementine nicht sehen muss. Wenn... ... für das noch Zeit ist. Klar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach Kacke. Das fragte ich mich auch noch. Ich werde dich schützen, Doug. Ich dachte, er wird sterben. Hm. Ja. 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 Es wird alles gut. Oh. Schüsse und Schrei aus dem Wald ist natürlich... ... nichts negatives. Na gut. Vielleicht hat... ... wie ich mir gedacht habe... ... der Dax ist schon verwandelt. Hat die Frage bissen. Er muss beide umlegen. Was ist denn? Verdammt. Warum? Kat? Honey? Oh... Fuckin... Die hat sich Leben genommen. Ich glaub's nicht. Oh. Und die Katja ist auch noch weg. Ähm. Ehm. Ich glaub's nicht. Oh. Oh. Die Katja ist auch noch weg. Was ein Stress. Irgendwie hat er ganz schön die Arschkarte gezogen hier. Ja, wenn es schon seine Frau sich erschossen hat, dann muss er das nicht auch noch selber machen. Oh, verdammte Kacke. So. Das war's. Frau und Sohn verlor und Gänsehaut. Ach du Scheiße. Und wieder zwei weniger. Das ist ja sowas von zum Heulen. Und weiter geht die Zugfahrt. So schnell kann es gehen. Ach Scheiße. Wer ist Chuck? Ähm... Ah, der. Junge, pass mal auf. Na, wie läuft's? Dem tut man die Meinung geigen. Hier aber das Ganze. Erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Bis dahin. Bis dahin.